Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 44.000 US-Dollar. Wir konsolidieren immer mehr und stehen möglicherweise vor der nächsten Breakout oder vor der möglichsten Entscheidung, dass vielleicht sogar ein Dump kommt. Wir haben es gestern schon im Video angesprochen, dass ich eher davon ausgehe, dass wir einen ziemlich schnellen Abverkauf dann plötzlich sehen könnten. Das könnte sich heute weiterhin im Laufe des Tages anbahnen. Wir werden auch einen wichtigen Blick mal auf die US-Märkte werfen, weil wir da noch ein bisschen so vor Wochenausblick was aufzuarbeiten haben und ich da auch ein, zwei Entscheidungen auf jeden Fall treffen werde. Damit ihr nicht alles verpasst, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und bevor wir starten, wie immer gerne ein Like da, ein Abo auch gerne da lassen, mit Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Und wenn ihr Bock habt, gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Weiterhin natürlich, wenn ihr noch keine Börse habt, wo ihr US-Märkte, Forex und Kryptos natürlich traden wollt, kann ich euch nur meine Börse BiggenX empfehlen. Dort kriegt ihr auch 10% Rabatt auf die Gebühren lebenslang. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei knapp 44.000 US-Dollar. Und ihr seht schon, wir befinden uns hier deutlich in einer Konsolidierung-Phase, in einem Symmetrical Triangle. Nicht wirklich verwunderlich nach so, es war ein relativ ruhiger Tag, was vor allem aufgefallen ist, dass diese BRC20-Coins, und die sind ja in der Gruppe auch schon so ein Thema gewesen, derzeit komplett am Eskalieren sind. Also alles, was momentan so ein bisschen auf Bitcoin aufgebaut ist, diese BRC20-Coins sind noch relativ neu, bei manchen vielleicht noch ein bisschen unbekannt, haben aber auch zuletzt extrem viel Power in den Markt gebracht. Und da werde ich dazu auch nochmal ein Video machen mit ein paar Coins, auf jeden Fall auf BRC20-Basis. Aber Bitcoin juckt es momentan eher ein bisschen weniger. Also Konsolidierungsphase, wir haben einen steilenden Anstieg hinter uns, auch auf Daily-Sicht, wie gesagt, befinden wir uns momentan in so einer Phase, wo wir natürlich noch Luft haben, bis knapp 45.500 bis knapp 46.000 US-Dollar. Das sind so die maximalen Zielzonen, die ich einfach derzeit sehe. Aufgrund Newslage, aber auch natürlich aufgrund der US-Märkte, die wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer angucken, gehe ich eher davon aus, dass das möglicherweise der letzte Push sein könnte. Ihr müsst euch auch überlegen, wir haben heute Donnerstag, und da mache ich mir immer gerne mal den Traders-Reality-Indikator an, da seht ihr auch, seit Montag haben wir einen phänomenalen Pump gesehen, und wenn wir uns das prozentuale mal angucken, zum jetzigen Stand waren das 10%, oder besser gesagt seit Sonntag eher, haben wir diesen Pump von 10% gesehen. Normalerweise kommt der Kurs immer gerne da zurück, wo er die Woche begonnen hat, und das würde sehr, sehr gut passen. Flash Crash, möglicherweise, wovon ich derzeit so ein bisschen ausgehe, zwischen 39.000 und 38.000 US-Dollar, würde perfekt passen, um dann die Reisen nach oben hin fortzusetzen. Das heißt nicht, dass ich bearish bin, das hat einfach nur was damit zu tun, dass sehr, sehr viele Long-Positionen, man sieht es am Funding, mittlerweile offen sind, um diese dann möglicherweise rauszuspülen, und dann weiterhin Richtung 46.000 bis 50.000 US-Dollar weiterhin anzusteigen. Also es ist nicht bearish, es ist grundsätzlich bullisch. Ich warte hier, wie gesagt, noch auf einen Short-Einstieg, wir haben ja gestern schon darüber geredet, dass ich vor allem auf dieses Hoch hier nochmal achte, weil wir hier in diesem Preisbereich so das letzte richtige Volumen drin hatten, das heißt, wir könnten gut und möglich ein Fake-Out sehen, bis ungefähr 44.600, 44.700 US-Dollar, dann eine Art Doppeltop bilden und dann setzt die Korrektur ein. Und darauf warte ich derzeit noch. Ein Short im Allgemeinen, um jetzt zu sagen, hey, ja, Symmetrical Triangle, ich save short, ist mir zu riskant. Da müssen, vor allem in so einer Phase, wenn wir uns jetzt möglicherweise in einem Bullrun befinden, das sehen wir jetzt bei der nächsten Korrektur meiner Meinung nach, solange wir alles nicht mehr Kurse unter 30.000 US-Dollar sehen, bin ich absolut bullisch und wir könnten in einem Bullenmarkt sein. Ja, das lege ich mich jetzt einfach mal fest. Und normalerweise sollte man in einem Bullrun nicht shorten. Es gibt nur eine Richtung, das ist die Richtung nach oben, das ist die Richtung long. Und dann sich irgendwie verkrampft, irgendwie zu versuchen, noch irgendwie an der Short-Phase festzuhalten, macht keinen Sinn. Und da müssen wir ein bisschen mehr auf mehr Faktoren, wie ein Doppeltop, wie eine Divergenz und was weiß ich was, da spielen viele Punkte mit, auf die wir einfach achten müssen. Und jetzt einfach so sinnlos short zu gehen, macht keinen Sinn. Und momentan spricht eigentlich nur das Volumen dafür und möglicherweise diese mini, mini, minimale Bearish-Tivergence, aber die ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, da würde ich eher auf dieses Doppeltop spekulieren. Das heißt, weiterhin keine Long, weiterhin eher kurzfristige Short geplant im Laufe des Tages, aber dafür, wie gesagt, fehlen mir einerseits noch ein bisschen so die Anzeichen. Dafür könnten aber, wie gesagt, ich habe es am Anfang des Videos gesagt, die US-Märkte etwas sorgen. Da haben wir ja schon einen Wochenausblick darüber gesprochen, vor allem S&P 500 und der Nasdaq, die momentan weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau sind. Ihr seht hier schon, theoretisch müsste die Position schon abgeholt worden sein. Ich bin hier aber noch nicht reingegangen. Hat einfach den Aspekt, wir haben hier eine größere Konsolidierungsphase, wir sehen aber auch, was mich etwas positiv verstimmt, dass wir hier so eine Art Rounding-Top reinkriegen, bei eben diesen Märkten. Und auch beim Dow Jones eher diese Konsolidierungsphase jetzt etwas eingesetzt hat. Das heißt, wir könnten möglicherweise hier langsam mal das Top gesehen haben und in eine Short-Phase reinkommen. Und darauf warte ich heute im Laufe des Tages oder werde im Laufe des Tages hier nochmal ein bisschen aktiver werden. Und das natürlich euch auch in die Telegram-Gruppen dann nochmal reinschreiben, sollte ich hier in diese Short-Position reingehen. Ich bin nur noch am Überlegen, alle drei Märkte zu shorten oder nur einen Markt zu shorten. Das ist alles noch so ein bisschen im Kopf drin. Werde ich euch aber, wie gesagt, Bescheid geben. Und das sind eben so die Signale, wo ich mir denke, hey, könnte jetzt wirklich zu einer Korrektur führen und auch ein DAX hat gestern sein All-Time-High geknackt. Glaubt man nicht, die Wirtschaft ist schwach. In Deutschland als einzige Volkswirtschaft kein Wachstum erreicht, aber Hauptsache die Märkte gehen All-Time-High. Märkte selber ergibt überhaupt keinen Sinn. Bitcoin ergibt Sinn aufgrund ETFs etc. pp., was da momentan abgeht. Aber die Aktienmärkte überhaupt nicht. Und deswegen bin ich hier weiterhin Short eingestellt. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier nimmt langsam so der Markt ein bisschen die Luft raus. Bearish Divergence ist hier deutlich, deutlich zuvorkommender, als bei Bitcoin hat auch schon ein bisschen ausgespielt hier auf 2.220 US-Dollar. Aber weiterhin, ehrlich gesagt, weiterhin Bullish. Wir haben keinen wirklichen Strukturbruch. Den hätten wir erst, wenn wir unter 2.197 US-Dollar fallen. Das heißt, der Markt ist weiterhin Bullish. Da ändert sich auch nichts. Und ich habe es gestern schon im Video dazu gesagt, Ethereum ist nochmal eine komplett andere Hausnummer, weil wir einfach hier diese riesige Supply-Zone auf dem Daily-Chart haben und diese Supply-Zone einfach ein kompletter Short-Bereich grundsätzlich wäre. Aber wie gesagt, der Stop-Loss ist hier einfach deutlich zu riskant. Kein normaler Mensch setzt einen Stop-Loss bei 8%. Oder wenn wir es richtig angehen, 16%. Das ist einfach zu heavy. Deswegen warten wir hier jetzt erst nochmal ein bisschen ab, wie sich so der Kurs in den nächsten Stunden noch so ein bisschen verhält. Wir ziehen uns mal ganz kurz hier das Fit-Level von unserem High zu unserem Bottom. Da sehen wir auch so ein bisschen Luft haben wir auf jeden Fall noch so bis 2280. Bitcoin könnte noch ein bisschen stabilisieren. Aber auch hier bin ich eher Short eingestellt. Nur wenn wir Short gehen, dann Bitcoin, Ethereum lasse ich absolut die Finger davon. Und wir warten jetzt erstmal noch im Laufe des Tages ein bisschen ab. Die US-Märkte, wie gesagt, deutlich, deutlich Short-orientierter meiner Meinung nach als die Kryptomärkte. Und ja, das ist jetzt erstmal meine Meinung dazu. Gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Was denkt ihr? Seht ihr eher weiter steigende Kurse? Sehen wir noch die 50.000 US-Dollar? Vielleicht sogar ein neues All-Time-Hype bis Ende des Jahres? Who knows? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns später zu einem kleinen Altcoin-Update-Video noch. Und ja, dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Telegram-Gruppe joinen. Das sind eure Aufgaben für heute. Und dann hören wir uns auf jeden Fall später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.